Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Wir haben News bekommen, wie es bei Hamza Chimaev in seiner UFC-Karriere weitergehen wird von seinem Management-Team. Denn ja, Hamza Chimaev soll ungefähr noch eine kurze Zeit jetzt in Tschetschenien sein, dass er dort aktiv ist, seine Familie besuchen etc. Dann wird er zurückkommen nach Schweden, wenn alles gut läuft und dann wieder zu seiner anderen Familie gehen, welche halt dort ansässig ist und dort halt dann von dort aus weiterfliegen. Eigentlich sollte er direkt von Tschetschenien dann nach Brasilien fliegen, hat nicht ganz geklappt aufgrund vieler anderer Dinge, aber hat er zu viel Zeit vergeudet und kommt jetzt zurück nach Schweden und wird dann zu UFC 280 direkt nach Abu Dhabi fliegen zum Islermacher-Chef gegen Charles-Olivada-Event. Und was er genau da macht, da werden wir jetzt drüber sprechen, Freunde. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like und Abo da, weil 62% von euch mein Kanal noch nicht abonniert haben. Und schaut bei ESLN vorbei, bis zum 12.10. könnt ihr mit dem Code NOTIME 20% auf alles sparen. Schickt mir eure Bestellung bis morgen Abend 18 Uhr auf Instagram zu, folgt mir auch auf Instagram und dann erhaltet ihr oder beziehungsweise drei ausgewählte Personen jeweils ein Iso-Klear gratis, Freunde. Gebt Gas und viel Spaß bei diesem Video weiter. Khamzat Shemaevs Manager sagte, dass Khamzat Shemaev bei der UFC 280 ebenfalls dabei sein wird als UFC-Guestfighter. Ja, dass er dort dann sozusagen einfach natürlich auftauchen soll, dass er da auch viele Kontakte hat etc. PP hat sein UFC-Debüt in Abu Dhabi gegeben, also warum nicht? Das ist ein entspannter Titelkampffight und ja, da bin ich natürlich auch gehypt, ob sich da vielleicht Khabibs Team und Khamzats Team so ein bisschen miteinander connecten und ob sie einen Austausch haben werden, weil ja da immer wieder so ein kleines Hin und Her abgegangen ist. Aber unabhängig davon will die UFC ihn dort haben, aufgrund dessen, weil sie ihn als Backup-Fighter für die Trilogie von Kamaru Usman und Leon Edwards haben wollen. Das sagte jetzt Majid Shams in einem Interview. Er sagte, der Trilogie-Kampf, Leon Edwards gegen Kamaru Usman wird zu 100% stattfinden. Darauf bereiten die sich gerade vor und Hamzat Shumayev hat keine Antwort von einem Kobe Covington bekommen, ja, welcher dann erstmal die ganze Verhandlungssache mit Masvidal wohl abwarten wird. Mal sehen, was dabei rauskommt. Das ist bestimmt auch alles Taktik von ihm, dass er sagt, ja, ich bin vielleicht psychisch, ja, nicht brauchbar, deshalb kann ich jetzt auch keinen UFC-Kampf bestreiten. Vielleicht muss er diese Aussage unterstützen und darf jetzt erstmal nicht kämpfen, bis das alles geklärt ist hinter den Kulissen. Hamzat Shumayev wird dann das Backup sein von Leon Edwards und Kamaru Usman. Ob er jetzt dieses Jahr noch kämpfen wird, werden wir sehen. Ich glaube, auch Usman gegen Edwards wird dieses Jahr nicht mehr stattfinden. Die werden jetzt beide erstmal bestimmt so ein dreimonatiges Trainingscamp haben und sich aufeinander vorbereiten. Und Hamzat Shumayev, ja, wird entweder bis dahin noch einen Kampf bestreiten können oder wird bis dahin dann einfach den Gewinner der beiden kämpfen oder wenn einer von denen halt beim Gewicht machen oder wegen Covid oder was weiß ich, irgendwelchen Zwecken ausfällt, einspringen und dort dann den Kampf bestreiten. Es kann alles passieren, er wird auf jeden Fall als Backup-Fighter dienen, das will die UFC bei der UFC 82 mit ihm promoten, ein paar Interviews mit ihm machen und dann wird alles fest zugebombt. Ich bin gehypt, geile Sache, freue mich auch, wenn er dann auf jeden Fall zu 100% der Gewinner der beiden kämpft und ja, dann werden wir sehen, wie es im Weltallgewicht weitergeht. Das heißt, sein nächster Fight wird auf jeden Fall im Weltallgewicht sein. Ich bin gespannt, schreibt mir auch meinen Satz in die Kommentare, lasst ein Like und Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.